Nightlife, Restaurants, Shopping, Entertainment und mehr. Entdeckt die Top-Adressen in und um Augsburg und sichert euch exklusive Vorteile. Klickt players-card.de So, herzlich willkommen hier im Volkswagen Zentrum Augsburg. Wir haben uns hier eine gesellige Runde eingeladen und sprechen hier über den VW-Cup 2012 am 23.12. in der Paterhalle. Ab 14 Uhr geht es los dann, einen Tag vor Weihnachten. Ich begrüße hier natürlich Günter Bayer und Annel Zambag vom Landesligisten SV Mehring. Mario Borelli und seinen Trainer Felix Bockemühl vom Kreisligisten Tabellenführer Kissinger SC. Und von Volkswagen ist hier zu Gast dann auch der Lino Philipp. Herzlich willkommen, Herr Philipp. Ja, bevor wir jetzt auf die Hallenrunde eingehen, werden wir ein bisschen Günter und Annel ein bisschen über eure Hinrunde sprechen. Günter. Platz 8, 27 Punkte als Aufsteiger. Hört sich zunächst einmal sehr gut an. Es täuscht aber ein bisschen die 27 Punkte, wenn ich mir die Tabelle anschaue. Platz 16 und damit erster Absteiger. Hat 23 Punkte momentan der VfB Durach. Ihr habt ein bisschen Abstand. Wie zufrieden bist du mit der Hinrunde vom SV Mehring? Ja, zunächst muss man mal sagen, diese vielen Probleme, die wir in der Vorrunde hatten, Verletzungen, Krankheiten, Auslandsstudium und so weiter und so weiter. Ich hatte von Anfang an nie meinen kompletten Kader zur Verfügung. Und wenn man das alles mal ins Kalkül zieht, dann muss man sagen, sind wir mit diesem achten Platz schon irgendwie zufrieden. Uns bleibt ja auch gar nichts anderes übrig. Der Abstand nach hinten ist sehr gering. Man muss wissen, dass ja drei Mannschaften absteigen und die nächsten beiden gehen in eine Abstiegsrelegation. Das heißt also, drei Punkte ist ein Spiel. Und morgen spielen wir gegen den TSV Nördlingen, eine sehr starke Mannschaft zu Hause. Da ist es auch nicht sicher, dass man punktet. Also ja, es ist alles sehr, sehr eng. Aber ich bin schon optimistisch, dass wir uns in diesem gesicherten Mittelfeld halten können. Gut sieht es dagegen aus beim Gastgeber des VW Cups 2012 in der Hinrunde, der Kissingers C. Mario Borelli, Tabellenführer mit 36 Punkten. Ihr liefert euch seit dem ersten Spieltag so einen kleinen Schlagabtausch mit dem TSV Göckingen, die zuletzt ja gepatzt habt. Ihr konntet das nicht ganz so ausnutzen, habt unentschieden gespielt. Für Schlagzeilen habt ihr auch gesorgt, die Trennung von Jochen Hoffmann, Nachfolger, momentan Interimstrainer. Vielleicht bleibt es ja auch so. Bei der Lösung ist der Felix Bockemühl, der hier zu Gast ist. Felix, Platz 1 mit dem Kissinger SC. Ihr geht als Tabellenführer eventuell in die Winterpause, die jetzt dann ansteht. Zwei Zähler vor dem engsten Verfolger TSV Göckingen. Du hast zuvor die zweite Mannschaft trainiert und da was erreicht, was nicht jeder Trainer vorweisen kann. Du bist mit zwei Mannschaften Herbstmeister geworden. Herzlichen Glückwunsch erst einmal dazu. Zufrieden mit der Leistung, mit dem Erreichten bisher vom Kissinger SC? Und wie ist das, wenn man als Trainer der zweiten Mannschaft plötzlich in den Fokus rückt und die erste trainiert? Also Otto, vielen Dank. Erst einmal vielen Dank für die ganze Runde. Erste Frage, ob es wirklich ein Unterschied ist, erste oder zweite Mannschaft zu trainieren im Seniorenbereich, würde ich sagen, nein. Unterschied ist das Tempo. Die Jungs, das ist in jeder Mannschaft das Gleiche. Beide als Erste oben an der Tabelle, noch grüßen wir von oben. Ich hoffe, dass das auch im Juni am Ende der Saison noch so ist. Wie sich das Ganze entwickelt, das werden wir schauen. Wir denken jetzt beim Kissinger SC aktuell Woche für Woche von Spiel zu Spiel. Eben auch durch Unterstützung von Mario, Unterstützung von Sascha Möllers. Jetzt schauen wir alle, dass wir da unser Bestes geben. Und ob erste Mannschaft, ob zweite Mannschaft, ob 15 Mann im Training oder 45 Mann im Training, muss man einfach ein Stück weit Flexibilität aktuell an den Tag legen. Und so, ich möchte nicht sagen, retten wir uns jetzt in den Winter, weil wir sind doch oben und wir sind auch zu Recht oben. Aber die ganze Situation erfordert natürlich schon Kreativität, Spontanität. Und da schauen wir wirklich, dass wir beide Mannschaften, muss man ja wirklich sagen, doch nur da packen, wo sie es brauchen. Und wie sich das nach dem Winter gestalten wird, ich denke, da kann der Mario dann mehr dazu sagen. Aber insgesamt, klar, für mich die Situation sehr zufriedenstellend. Mario Porelli, Tabellenführer mit 36 Punkten. Ihr habt die Liga dieses Jahr gewechselt, was euch gut tut, sieht man ja. Offener Schlagabtausch mit dem TSV Göckingen. Alles lief wunderbar und dann kam die Meldung, Trainerwechsel beim Kissinger SC. Jochen Haufmann ist nicht mehr Trainer. Darüber wurde viel geredet, das Thema ist abgehakt. Wunschkandidat, braucht man hier und jetzt nicht reden. Ihr habt einen guten Nachfolger, ob es dabei bleibt, haben wir schon angesprochen. Wird sich zeigen. Mario, natürlich du als der Mann beim Kissinger SC, der Tag und Nacht dafür arbeitet. Wie siehst du die Vorrunde und wann kommt ein neuer Trainer? Oder du kannst es jetzt sehr selber beantworten. Bleibt diese Lösung beibehalten? Ja, erst einmal hallo auch von meiner Seite hier in dieser netten Runde mit euch alle zusammen. Eins vorweg schon mal, die Geschichte Trainer, die will ich jetzt engültig abhaken beim Kissinger SC. Ich wiederhole mich, ob es jetzt bei der Presse ist oder auch bei Schwabensocker, nicht immer. Es ist was vorgefallen und es ist abgehakt mit der Lösung jetzt momentan mit dem Felix Bockermühl, unser Trainer von der zweiten Mannschaft, wo ich auch sehr froh bin, dass er beim Kissinger SC ist. Den haben wir ja vom TSV Kübach nach Kissing geholt für die zweite Mannschaft, dass die zweite Mannschaft mal einen anderen Wind kennenlernt. Dass eigentlich mal ein Fremder, der noch nie was mit Kissing zu tun gehabt hat, die Mannschaft trainiert. Das spricht auch für den Erfolg, auch bei der Mannschaft, bei den Trainingsbeteiligungen. Wir sind mit der zweiten Mannschaft, mit unserer zweiten Mannschaft im Schnitt 15, 17 Leute im Training. Das muss erst einmal andere zweite Mannschaft, ein anderer Verein vorweisen können. Und genau das gleiche mit der ersten Mannschaft. Wir sind fast immer komplett, außer wir haben Verletzte, sind wir fast immer komplett im Training. Da muss ich auch sagen, das ist die Arbeit von Felix Bockermühl. Das war auch die Arbeit von Jochen Hoffmann, möchte ich auch betonen. Dass die Trainingsbeteiligungen immer gut besucht worden sind. Dass wir mit beiden Mannschaften jetzt am ersten Platz stehen und da mit beiden Mannschaften Herbstmeister geworden sind. Das ist, so wie man immer sagt, wirklich viel Arbeit. Das sind jetzt bei mir sechs Jahre Arbeit, wo ich da investiere. Dass ich mit beiden Mannschaften, mit der zweiten Mannschaft in die Kreisklasse, mit der ersten Mannschaft in die Bezirksliga aufsteige. Und wie gesagt, das ist ein Haufen Arbeit, wie es bei uns weitergeht. Interimcoach Felix Bockermühl, zweite Mannschaft Felix Bockermühl. Na klar, kann das nicht so weitergehen in die Zukunft. Jetzt kommt Gott sei Dank die Winterpause. Wir haben noch zwei Spiele. Da werden wir auf jeden Fall jetzt keinen Druck machen. Wir werden die zwei Spiele so hinbekommen mit der Unterstützung von Sascha Mölders, wo ja immer am Dienstag und Donnerstag das Training mit dem Felix leitet. Dann kommen wir tatsächlich zum VW Cup 2012. Das Teilnehmerfeld kann sich auch wie die letzten drei Jahre sehen lassen. Der Bayernligist FC Affing als Titelverteidiger, der TSV Gasthofen, der Landesligist SV Mehring, die Bezirksligisten FC Stetzling, TSV Fritberg sowie die DEOK Lechhausen. Und abrunden tun das Feld die Top-Teams aus der Kreisliga Augsburg, der TSV Göggingen und der Tabellenführer und Gastgeber Kissinger SC. Vom Hauptsponsor Volkswagen Zentrum Augsburg ist bei mir der Nino Philipp. Herr Philipp, herzlich willkommen. Das Volkswagen Zentrum Augsburg Süd begleitet dieses Jahr wieder diesen VW Cup in der Paterhalle in Kissing. Woher kommt die Motivation? Sie sind ja und begleiten den Kissinger SC seit Jahren. Woher kommt die Motivation, da immer wieder vor Ort zu sein und die Amateurfußballer zu unterstützen? Ja, auch für mich ein herzliches Willkommen in die Runde. Die Motivation kommt natürlich auch von der positiven Kundenresonanz, die wir haben. Nach dem Cup, nach den Spielen, wir haben einen besseren Zulauf. Wir haben auch von den Kunden positives Feedback, dass wir unsere Autos dort ausstellen. Und natürlich können wir dadurch auch Verkäufe generieren. Wie man sieht, erfolgreicher Fußball, Amateurfußball und erfolgreiches Autobusiness passt zusammen. Es geht auch im Amateurfußball, glaube ich, nicht ohne diese wichtigen Sponsoren. Sie haben es angesprochen, Sie werden auch Autos vor die Tür stellen in Kissing. Hat der Kunde dann auch, der Besucher des Cups, die Möglichkeit, die Autos vor Ort genauer unter die Lupe zu nehmen oder mal eine Probefahrt zu unternehmen? Natürlich hat der Kunde die Möglichkeit, die Autos genauer anzuschauen. Er kann sich von außen Eindruck verschaffen. Ich denke auch, dass einer meiner Kollegen dabei sein wird und nähere Fragen zum Fahrzeug beantworten kann. Auch eventuell Probefahrten für die nächste Zeit ausmachen, Termine ausmachen oder auch mal ein Fahrzeug zusammenzustellen. Speziell für den Kunden dann zugeschnitten. Ich denke, es wird einige Lösungen geben, die sich da anbieten werden. Speziell für den Kunden